heute tauchen wir in die aufregendsten und überraschendsten fahrerwechsel in der geschichte der formel 1 einiger dieser wechsel haben die karrieren von fahrern auf ein wirklich neues level gehoben während andere in dramen und kontroversen endet der erste fahrer ist vielleicht der größte schock der jüngeren formel 1 geschichte michael schumacher kehrt 2010 zurück und unterschreibt beim mercedes nach drei jahren im ruhestand und sieben weltmeister titeln hätte niemand gedacht dass wir ihn noch einmal in einem formel 1 cockpit sehen doch du mach das ehrgeiz irgendwann wieder dann zurück auf die stecke doch wirklich viele fragten sich eigentlich warum ausgerechnet mercedes das team entstand aus dem brandy team welches 2009 also ein jahr vorher eine titel und außerdem war dort noch ein langjähriger freund von michael schumacher und zwar auch wenn er bei mercedes selbst keine weiteren titel gewinnen konnte legte er den grundstein für das was später zu einer dominanten ära für das mercedes team werden sollte obwohl auch die ergebnisse hinter den erwartungen zurückblieben ist dieser wechsel wirklich unvergessen zu machen halt das team aufzubauen das später mit louis hamilton in eine ära gehen sollte welche wirklich dominiert wurde von mercedes es war mehr als nur ein comeback es war der beginn eines neuen kapitels in der formel 1 geschichte nach zwei aufeinander folgenden weltmeister titeln bei renault galt fernando alonso als das neue gesicht der formel 1 sein wechsel zu mclaren im jahr 2007 sorgte für wirklich sehr sehr großes aufsehen denn das britische team hatte eine lange tradition des erfolgs und versprach alonso ein auto das ihn weiter an der spitze halten ja so weit so gut aber was folgte war ein jahr voller dramen an uns ist auch streben der team kollege louis hamilton damals ein rookie stellte sich als härterer gegner heraus als es eigentlich sein sollte es kam zu internen spannungen die soweit gingen also das team nach nur ein jahr wieder verließ nachdem man eine reihe von kontroversen verwickelt war einschließlich der spionage affäre die mclaren in die schlagzeilen brachte 2008 kehrte alonso wieder zu renault zurück und obwohl er später erneut für mclaren fuhr war das jahr 2007 ein wendepunkt in seiner karriere es war ein wechsel der spiel versprechen begann aber letztendlich in ein desaster endete und die dynamik der formel 1 nachhaltig beeinflussen sollte denn der rück war bekannt für seine spektakulären überholmanöver nach jahren des erfolgs bei red bull entschied er sich 2019 zu einem mutigen schritt den wechsel zum renoten doch warum verließe ein team das ihm die möglichkeit bog regelmäßig um siege zu kämpfen ein team das noch im aufbau irgendwo war ich habe suchte nach einer neuen herausforderung und wollte sich in einem team beweisen dass noch nicht zum absoluten spitzenreiter teams gehörte ja und die ergebnisse ja die waren irgendwo gemischt obwohl er einige beeindruckende leistungen zeigte darunter auch podiumspazierungen der lode um die lücke zu schließen doch der linie hat tatsächlich bewies sein wert als fahrer und verließ einen bleibenden eindruck und wechselte dann auch relativ schnell zum erklärten team wieder im jahr 2015 entschied sich der vierfache weltmeister sebastian pettel verein der frist die trächtigsten wechsel in der formel 1 geschichte von red bull zu verraten doch dieser schritt war nur mehr als ein teamwechsel es war die verwirklichung eines traum der sich stets als großer fan von michael schumacher sah wollte ferrari wieder an die spitze führen wie es sein idol ins tat fettels ankunft bei ferrari von großen erwartungen begleitet die scuderia hatte seit jahren kein titel mehr gewonnen und schien der fahrer zu sein der das glatt wenden könnte tatsächlich gerade bei ferrari in seinem allerersten jahr drei rennen und beendet die saison als dritter in der gesamtwertung doch trotz vielversprechende anfänge war pettels zeit bei ferrari von rückschlägen geprägt technische probleme strategische fehler und die aufregende konkurrenz von louis hamilton und dem mercedes team verhinderten den ersehnten titel nach sechs jahren ohne titel die ende 2020 dann endete lieb er bei ferrari ohne den erhofften erfolg doch er bleibt eine wichtige figur in der modernen geschichte des teams obwohl der titel ausblieben war pettels wechsel zu ferrari ein versuch gesprächte zu schreiben ein versuch der ihn sowohl als fahrer als als persönlichkeit wirklich wachsen ließ als louis hamilton 2013 bekannt gab dass er mclaren verlassen würde um zu mercedes zu wechseln waren viele fans und experten wirklich gleichermaßen überrascht mclaren galt damals als eines der top teams während mercedes nach seiner rückkehr als werksteam noch wirklich keinen großen erfolg vorzuweisen hatte also warum denn jetzt dieser wechsel hamilton sah etwas was viele andere tatsächlich nicht sagen und zwar das immense potenzial das mercedes in sich trug er vertraute auf das team und seine eigenen fähigkeiten und er sollte ja am ende wirklich recht war nach einem übergangsjahr 2013 in dem er sein erstes rennt für mercedes gewinnen sollte begann eine beispiellose dominas gewandt von 2014 bis 2020 sechs weltmeistertitel und für die mercedes zur längsten erfolgsserie in der geschichte der formel 1 dieser wechsel war nicht nur eine der klügsten entscheidungen der formel 1 geschichte sondern definierte eine ganze ära louis hamilton wurde durch seine zeit bei mercedes zu einer legend von der wechsel 2013 war der schlüssel dazu